herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge healthy strange before the storm ja wie ihr bereits mitbekommen habt habe ich ja die letzte episode durchgespielt aber da ich ja die deluxe edition gekauft habe möchte ich euch natürlich die bonus episode liebe wolfe zeigen präsentieren und nach diesem let's play von life is strange before the storm werde ich dann life is strange anspielen und dann life is strange 2 wenn ich life is strange fertig habe damit es quasi eine zeitliche chronologische reihenfolge ergibt sie zum nächsten Mal Das war's für heute. Das ist keine gute Idee. Also das war's mit den Puppen. Du bist verrückt? Das war unglaublich, unglaublich. Das war wirklich unglaublich. Warum sind die Explosion so großartig? Das ist wie fragen, warum die Puppen so schön sind. Einige Dinge nur sind. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh komm. Warum? Nein. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Life is strange before the storm bonus episode. Labor hol. I better help Chloe with her cleaning. And while I'm at it, I can take one long last look around this place. Live fast, die young, go out with a bang. Rest in peace, doll. Chloes mom wanted us to go through this pile of old clothes and find stuff to donate. Instead we played dress up for an hour. Auch doch. Chloe's had this hung up on her wall forever, but neither of us can figure out what happened to the last panel. I hope Dr. Cloenstein's okay. Chloe's always preferred imaginary animals to real ones. Oh, besides Bongo, of course. This was our first unsupervised concert together. It was so much fun. We were supposed to see another show next month, but... How sick was that show? The sickest. I've been working on my moves for the next one. Check it out. Fuck, Chloe. How about you? Any new moves? Yeah, totally. I've been working on my air guitar. Damn, Caulfield. Save something for when it counts. What? I haven't played this game in forever. Okay. Was? 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 Chloé versucht mich zu holen auf ihr Board zu holen. Ich würde lieber einen Bildern nehmen. Wow. Es ist so schrecklich. Shady, Mej, Ape, okay. Ahmed. Okay, das muss weg. Oh Chloe, es war ein bisschen wir wegwerfen. Aber ich weiß, sie hängt an alles. Auch verständlich. Wow, ich auch, by the way. Chloé ist so eine nerd. Sie hängt an alle ihren alten Textbooks in der Schule. Wie normalerweise, die Kloé sind besser als ich. Ich klicke immer die Be. Nein, das stimmt. Actually, it's kind of cool. I was lucky to survive Chloe's magic phase with all my fingers intact. This seems like a good candidate. Are you insane? That's my entire magic collection. Do you know how many weeks of allowances got? You haven't touched these since the fifth grade talent show. Maybe because my assistant turned out to be squeamish at the sight of fake blood. At least you didn't saw me in half. How are you planning to clean this place if you won't throw away anything? A magician never reveals her secret. Put it back. Oh, Chloe. The room stays just like it is. Okay. Whenever I'm ready, I can go tell Chloe, I'm done arguing about trash with her. I bet Chloe's parents were freaking out when she got this letter. And the Eltern of Chloe Price. Chloe Price. Sehr geehrte Eltern, herzlichen Glückwunsch. Ihr Kind Chloe Price wurde für September 2008 an der Black World Academy zugelassen. Wir haben ca. 100 Schüler aus 1200 Bewerbern einen Platz an unserer Schule angeboten. Ihr Kind übertrifft in sämtliche Kriterien alle Erwartungen für die Zulassung. Am 26. März wird ein Tag der offene Tür für zugelassenen Schüler und Eltern stattfinden. Der 2. April ist der Stichtag, um uns über Ihre Absicht bezüglich der Zulassung zu informieren. Ein Formular für Ihre Antwort ist enthalten. Falls Sie finanzielle Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte das Büro für finanzielle Hilfeleistungen von Black World. Wir freuen uns darauf, Sie und Chloe in der Black World-Familie willkommen zu heißen. Mit freundlichen Grüßen, Markus, es ist González, leiter der Zulassungsstelle. Ich kann noch nicht glauben, dass Sie ein Black World-Academy-Student sind. Wie ist es? Die Klassen sind unglaublich. Die Lehrer sind eigentlich smart. Und das Labo ist legit. Petri-Dische für Tage. Und was über die Schüler? Sind sie so gestorben, wie Sie dachten? Sie hätten sie an. Sie sind... Sie sind besser. Sie sind fröhlich. Sie sind Associern geschehen. Sie sind sicher, aber ich will nicht sanben. Ich will mich selbst nicht mit Lilien, um dieplante. Vielleicht finden Sie es danach? Ist das, was ich schwer. Das war fantastisch. Sie waren. Wie anderes war die Chloe? Sie könnten die Kloé, um sich patch darauf zu ziehen, ihre Wohnung in eine pyrotechnische Abenteuer. Die Leute sagen viele Dinge über die Prescott-Familie, aber das ist ziemlich cool. Ich glaube, Chloe nennt sich dieser Mann, Mr. Sharky. Ich glaube, sie spielt mit ihm. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist ein riesiges BIO-Hazard. Du hast mir gesagt, dass wir das zusammenfassen würden, egal wie lange es dauert. Du bist richtig. Ja! Das ist der never-endige Kandy. Es ist auf. Haha. Haha. Das ist das. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht leide. Ich bin mir etwas. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht leide. This room, this house, this town All in the past now Or soon to be Who even am I without Chloe? She's the one who's always starting things Pulling us into adventures I can't imagine life without her Maybe I haven't told her I'm leaving yet Because I still can't believe it's real myself And that's why I'm free of this episode We'll see you in the next video I'll say bye 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 Bye